Die Grüne Bundestagsfraktion hat sich heute in einem Fachgespräch wieder einmal mit dem Thema Netzausbau auseinandergesetzt. Wir haben dabei die Frage diskutiert, wie kann man Bürger auch finanziell am Netzausbau beteiligen. Dahinter steht der Gedanke, dass das, was wir im Bereich der erneuerbaren Energien bei Windparks, bei Solaranlagen bereits erfolgreich praktizieren, dass Bürgergenossenschaften Netzausbau betreiben, dass Menschen sich finanziell beteiligen, dass man das auch beim Stromnetzausbau macht. Da gibt es ein sehr interessantes Modell aus Schleswig-Holstein. Die schleswig-holsteinische Landesregierung ist bisher die einzige Landesregierung unter dem grünen Energiewendeminister Robert Habeck. Wo ein solches Modell angedacht und entwickelt wird, zusammen mit dem Netzbetreiber Tenet. Da ist vorgesehen, dass an der Westküstenleitung in Schleswig-Holstein sich Bürger aus der Region ab 1000 Euro an solchen Netzausbauprojekten beteiligen können. Das zu einem festen Zinssatz von 5%. Das ist eine sehr attraktive Anlagemöglichkeit, wovon man sich verspricht, dass das auch die Akzeptanz solcher Netzausbaumaßnahmen erhöht. Denn die Menschen müssen ja heute oft nur den Netzausbau ertragen, als Belastung hinnehmen. Profitieren aber selber nicht davon, weil die Erzeugung der Erneuerbaren an anderer Stelle stattfindet und damit auch die Wertschöpfung. Wir sagen als Grüne, das ist ein Modell, das man weiterentwickeln muss. Da wollen wir daran arbeiten. Das haben wir uns als Bundestagsfraktion als Aufgabe genommen. Wir tun im Grunde genommen das, was Bundesumweltminister Altmaier von einem Dreivierteljahr groß angekündigt hat. Er hat gesagt, er will ein solches Modell entwickeln, ist damit breit in den Medien gelaufen. Wir haben aber jetzt von der Bundesregierung die Antwort bekommen, dass nicht einmal Konsens innerhalb der Bundesregierung herrscht, dass man überhaupt ein solches Modell weiter verfolgen will. Altmaier hat wieder einmal viel Wind produziert. Substanz dahinter gleich null. Und es ist noch verrückter, der zuständige Wirtschaftsminister verweist in der Antwort auf das positive Modell in Schleswig-Holstein. Wir sehen uns darin bestätigt. Wir sind diejenigen, die Energiewende praktisch umsetzen können, die die Vorschläge weiterentwickeln. Herr Altmaier und Herr Rösler streiten sich nur, produzieren bestenfalls Schlagzeilen und Wind in der Substanz, ist aber null dahinter. Bündnis 90 Grünen sind die Partei, die die Energiewende dann auch voranbringen können.